Es war richtig viel los auf dem Stadtallendorfer Herbstmarkt. Noch mehr war los am Stand von Peter Lauritis Fotografie. Dort gab es die Selfie-Aktion und alle, die mitgemacht haben und ihr Selfie bei Facebook veröffentlicht haben, die stecken jetzt hier in der Box. Und man sieht es mir nicht an. Ich bin die Glücksfee. Ich darf jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Nadine sagt dann auch gleich, was es für einen tollen Preis gibt. Trommelwirbel. Also ich darf ja nicht schauen. Okay, das ist ein Zettel. Gewonnen hat eine Frau namens Jenny Jenny. Herzlichen Glückwunsch und du darfst dich jetzt wirklich freuen, denn, Entschuldigung Nadine, hier ist ein Gutschein. Den hast du dir jetzt verdient im Wert von unglaublichen 150 Euro für ein Fotoshooting deiner Wahl. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auf dich.